Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Willkommen Leute, ich darf euch ein weiteres Gewinnspiel präsentieren und zwar... Nein, 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 nein. Das hier ist mein Gewinnspiel, das habe ich euch gestern schon präsentiert. Ich möchte euch hier nur noch mal kurz darauf hinweisen. Geht auf das Video, hört euch an, was ihr dafür machen müsst. Und dann könnt ihr dieses geile Paket, was ihr hier gerade sehen könnt, gewinnen. Also eine Cap, ein Hoodie, ein Kissen, eine Tetris-Lampe, die App-Poster und so weiter und so fort. Hier drunter steht dann auch ganz easy Bedingungen und Links zu den Sachen. Aber hört euch einfach am besten das Video an, dann kriegt ihr nochmal alles gesagt. So, heute kommen wir aber zu einem MMOGA Adventskalender 2015. Da gibt es natürlich auch fette Gewinne abzustauben, aber nicht mein Gewinnspiel vergessen. Also, da auf jeden Fall vorbei schon, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Jetzt aber zu diesem Adventskalender. Er läuft vom 30.11. bis zum 29.12. Also in diesem Zeitraum könnt ihr teilnehmen. Da wird noch nichts entschieden, da könnt ihr nur an den einzelnen Gewinnspiel teilnehmen. Und zwar sind das ja insgesamt vier Wochen. Dafür sind diese vier Geschenkpakete hier da. Nummer 1, 2, 3 und 4. Jeden Montag wird ein neues Geschenk sozusagen freigeschaltet. Aktuell ist es das iPhone. Da könnt ihr ganz easy teilnehmen. Ihr müsst für diese vier Geschenke oder für diese fünf Geschenke nicht viel mehr machen, als wenn sie freigeschaltet sind. draufklicken, die richtige Antwort anklicken. Hier zum Beispiel Sofortüberweisung oder 400 Pokedollars in der roten Edition. Was ist das sicherste Zahlverfahren? Eigentlich sind die Fragen sowas von klar. Und die Information kriegt man sowas von einfach raus. Also einfach teilnehmen. Schadet ja nicht, ne? Ähm, dann tragt ihr euren Namen hier noch ein, eure E-Mail-Adresse und drückt auf jetzt teilnehmen. Ich hab das Ganze schon gemacht, deswegen brauch ich es ja jetzt nicht nochmal machen. So, sorry für die kurze Unterbrechung, es geht sofort weiter im Programm. Ja, wie ihr hier dran teilnehmen könnt, hab ich euch gezeigt. Einfach draufklicken, Frage beantworten, Name rein, E-Mail-Adresse rein und jetzt teilnehmen. Ich hab das Ganze schon gemacht, hab ich grad schon erzählt. Diesen Gaming-PC, der wird nicht pro Woche freigeschaltet. Der ist über den kompletten Zeitraum verfügbar. Da könnt ihr jederzeit teilnehmen, da müsst ihr nicht drauf warten. Einfach draufklicken, richtige Antwort auswählen, Name eintragen und E-Mail-Adresse eintragen. Auf jetzt teilnehmen klicken. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht machen, um diese wunderschönen Gewinne abzustauben. Ihr müsst nur immer warten, bis das hier am 7. freigeschaltet wird, bis das hier am 14. und bis das hier am 21. Also die wollen euch quasi dazu bringen, jede Woche einmal vorbeizuschauen mindestens. Wie ihr zu diesem Gewinnspiel kommt, fragt ihr euch jetzt vielleicht auch mal so zwischendurch. Ganz easy, erster Link in der Videobeschreibung, klickt ihr drauf. Ist ein Link, der von mir generiert wird. Ihr wisst vielleicht, dass ich Partner bin bei MMOGA, falls ihr nicht wisst, ist es jetzt. Und ich krieg, falls ihr über meinen Link da drauf geht auf dieses Gewinnspiel, dann krieg ich, falls ihr irgendwann die nächsten paar Tage oder ich weiß nicht wie genau der lange der Cookie hält, in einem gewissen Zeitraum etwas bei ihnen kauft, krieg ich eine kleine Provision dafür, dass ihr über meinen Link quasi da was gekauft habt. Das wird für euch keine Auswirkungen haben. Es wird euch auch nichts teurer gemacht, dadurch, dass ihr durch meinen Link da drauf geht. Die sehen einfach nur, ihr kommt von mir und dafür krieg ich halt was. Kurz erläutert, erster Link in der Videobeschreibung kommt ihr zu diesem Gewinnspiel. Hier nochmal die Spezifikation von dem Gaming-PC, der jederzeit teilgenommen werden kann, hier über das kleine Geschenk. Und dann gibt es natürlich noch etwas, was ihr machen könnt. Ihr könnt hier die Facebook-Seite liken, auf Twitter folgen und twittern darüber und die ganzen auf YouTube abonnieren, hier, easy going. Dann habt ihr nämlich die Chance auf insgesamt 30 Game Keys. Nur mal so nebenbei gesagt. Könnte ja vielleicht auch interessant sein. Hier nochmal die folgenden Preise, die man dieses Jahr gewinnen kann. Sind schöne Bundles. Nehmt einfach schönen Teil hier oben. Es schadet ja eigentlich nicht. Wollte ich euch einfach nur mal darauf hinweisen. Erster Link in der Videobeschreibung führt euch dahin. Zweiter Link führt euch zu meinem Gewinnspiel, wo ihr natürlich auch was richtig Geiles gewinnen könnt. Und ja, das soll es gewesen sein. Ein kurzes, kurzes Infovideo. Und denkt dran, das iPhone geht nur noch bis morgen. Bis Sonntag. Dann ist es vorbei. Dann könnt ihr da nicht mehr teilnehmen. Also, viel Glück auch bei diesem Gewinnspiel. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.